Willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Wir waren hier letztes Mal stehen geblieben, nachdem wir von den Nackten geflohen sind. Nun sind wir hier draußen, außerhalb des Zellblockes mit Chris Walker. Mal gucken, ob wir das überstehen. Er wird auch nicht weggehen, also können wir nur hier rausgehen und gleich so schnell wie es geht rennen. Gucken, was ist er da hinten? Ich höre ihn ja. Ich höre ihn ja mal auch. Ich glaube, der kommt hier lang. Deswegen würde ich sagen, rennen wir lieber. Ja, weiter durch. Fuck, er hat uns gesehen. Scheiße, 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 weg, weg, weg. Der kann nämlich auch hier durchgreifen und so bekommen. Und das ist dann schon richtig heftig. Da scheißt man sich richtig krass ein. Und auf einmal diese Hand kommt und einen da rauszieht. Okay, das hätten wir ja. Dann gehen wir mal wieder in die Hocke. Gehen hier weiter. Oh, leck mich, du blödes... Oh, man. So, also wir mussten einen anderen Weg in die Duschen suchen, um zu fliehen. Und hier haben wir ja letztes Mal gesehen, dass Chris Walker einem Typen den Kopf ausbezogen. Okay, hier ist anscheinend noch ein Zellblock. Aber der Typ kann uns anscheinend nichts tun. Er ist blind. Und gefesselt. Wo müssen wir lang? Hier anscheinend. Was? Okay. Bin wir hier irgendwas drinnen? Wo? Nein? Okay, dann gehen wir mal weiter. Bist du gut, Rollstuhlfahrer? Oder nee, bist du gut? Ich hoffe es. Nein, natürlich nicht. Okay, der wäre tot. Danke, Mann. Vielen Dank. Oh, dem wurde der Schwanz anscheinend aufgeschnitten. Mal sehen. Okay, dann müssen wir erstmal wieder Batterie wechseln. So. Okay, keine Batterie. Oh, wirklich mal wieder Batterien. Weil wir haben noch eine. Eine, eins. Okay. Okay. Und hoch da. Ja, gut. He did not kill his enemies witness. So, wieder eine Akte. Nachruf von Dr. Wernicke. Okay. Haben wir hier jetzt noch irgendwo was? Scheint nicht. Dann müssen wir wohl... Guck, können wir hier lang? Nein, können wir nicht. Dann müssen wir wohl hoch. Mann, du bist testet. Was? What the fuck? Was los? Ach du Scheiße. Was will der? Fuck, was will der? Alter! Hey! Was zum... Lass mich... Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Hey! Was zum... Okay, da müssen wir uns merken, schnell wie es geht wegrennen. Und wo sind wir jetzt wieder? Ach gut. Gut, wir haben hier oben gespeichert. Okay. Jetzt rennen... Ist er weg? Ja, ich glaube er ist weg. Ach du Scheiße! Lass mich in Ruhe, Mann! Oh Junge! Äh... Alter, hier geht er jetzt noch mit Punk ab. Puh, okay. Okay, der versteckt sich schon. Okay. Also es ist hier ein wirklich... krankes Irrenhaus. Haben wir jetzt hier irgendwo mal wieder Batterien? Ich brauch wirklich mal wieder welche. Dann müssen wir anscheinend runter. Ach, come on. Irgendwo. Nein, oh, nichts. Nichts. Ja, nichts. Na super. Vielleicht wird es mir ja noch am Ende zum Verhängnis, dass ich schwierig... als... Schwierigkeitsgrad ausgewählt habe. Ach, da liegt noch einer. Gut. Gut, gut, gut. Kommen wir hier durch? Nein, können wir nicht. Okay, dann können wir uns verstärken. Aber dazu sehe ich keinen Grund. Und... Wallrider. Okay. Überall steht Wallrider mit Blut an der Wand geschrieben. So, was hat der Hund so dokumentiert? Wallrider. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Morkhoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine psychische... physische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als... als... schizophrene Einbildung abtun. Aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Okay, vielleicht haben wir es ja wirklich mit einem Dämon zu tun. Ist hier noch irgendwie was? Batterie. Oder was in der Art. Egal, gehen wir erstmal hier runter. So. Okay. Mal hier durch. Und was haben wir hier jetzt? Hinter einen Weg durch die Kanalisation. Okay. Können wir rüberspringen? Aber ist hier nicht noch irgendwo etwas? Können wir erstmal hier lang? Nein. Oh, aber hier haben wir eine Batterie. Und damit haben wir schon wieder 3 von 5. Gut. Ich finde es auch bescheuert eigentlich, dass die Batterie nur auf die Nachtsicht geht und nicht auf die immer an sich sein. Obwohl dann wäre das Spiel auch ziemlich, ziemlich schwer. So, dann gehen wir mal hier durch den Abfluss. Und zwar das. Ist doch eben irgendwas durchgeschwebt. Da habe ich mich geirrt. Und ein dunkler Nebel. Okay, hier haben wir wieder eine weitere Akte. Das Evangelium des Sons. Das Evangelium des Sons. Okay. Okay. Willst du hier noch irgendwas? Außer Leichenteile? Nein, anscheinend nicht. Müssen wir wohl da durch. Okay. Was finden wir hier? Dreh zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Okay. Also da unten haben wir ein Ventil. Wir kommen wahrscheinlich von da. Von diesem Punkt aus. Und ein Ventil führt nach da oben. Eins nach da unten. Okay. Ich würde sagen, wir kommen als erstes um das untere. Hier ist ja anscheinend kein Problem. Problem hat sich geändert. Ist das Chris Walker? Natürlich. Oh Scheiße. Der darf uns auf keinen Fall erwischen. Überhaupt nicht. Okay. Ah. Ist der da? Ich kann jetzt nichts sehen, weil hier zu viel Licht ist. Scheiße. Scheiße. Fuck. Da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Rein. Okay. Wir sind im Moment in Sicherheit. Aber es kann sich jeden Moment ändern. Jeden scheiß Moment. Okay. Okay. Ist mir. Recht. Oh fuck. Diese Gänsehaut im Spiel. Es ist vielleicht nicht so schlimm beim Zugucken. Aber umso schlimmer, wenn man selbst spielt. Besonders mit Kopfhörern. So machen wir jetzt hier aber erstmal die Tür zu. Falls der sich gleich denkt. Och komm ich war da durch die Tür einfach gelaufen. Okay das erste hätten wir. Haben wir hier vielleicht noch eine Batterie? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube ich verstecke mich hier auch erstmal. Genau. Weil die Musik ja nicht aufhört. Warten wir erstmal kurz. Was? Ist hier noch irgendwo etwas? Was? Der kommt. Der kommt. Der kommt. Fuck. Der ist jetzt hier hinter. Ah. Ah. Scheiße. Fuck. 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 Okay er guckt sich die Spins. Und würde ich sagen. Nehmen wir jetzt unsere Beine in die Hand und rennen. Rennen was das Zeug hält. Ab nach hier. Und durch. Wieso können wir nicht rutschen? Wieso können wir nicht rutschen? Wieso können wir nicht rutschen? Wieso ist diese Scheiße hier durch? Mann. Boah. Boah Junge. Ich glaube wir haben es geschafft. Ich glaube wir haben es wirklich geschafft. Hier haben wir hier irgendwo noch etwas. Bevor wir das jetzt aufnehmen. Nein. Haben wir nicht. Und es speichert. Gott sei Dank. Natürlich kann Chris Walker auch nicht durch so enge Passagen durch. Natürlich. Und dadurch haben wir natürlich eine höhere Chance. Zu überlegen. Okay wo ist er? Wo ist der Typ? Da ist er. Loy walks Vice hilft. Wo geht er jetzt hin? Bitte geh nach rechts? Bitte geh nach rechts. Bitte geh nach rechts. dollscrates. los geht's es geht's komm 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 rüber 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 weiter 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 und jetzt können wir hier runter weil sonst wäre glaube ich das wasser zu hoch gewesen und er hat uns nicht mehr bemerkt 80 was haben wir hier jetzt eine leiche wie ist er da hochgekommen durch chris walker ja wohl nicht hier da geht es glaube ich weiter aber da war doch noch ein gang ich kann wirklich nicht deutsch war doch noch ein gang so aber da ist nichts okay dann gehen wir weiter alter nur so ein kleiner jumpscare aber trotzdem wenn man es nicht erwartet dann erschreckt es einen meisten zum größten teil wer bist du ich hoffe du bist nicht so ein zählentypi wie vorhin schon ja da ist ne batterie ok 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 speichert wieder ich glaube das war vater martin wird sie noch eine batterie ok dann gehen wir jetzt mal in diesen raum hier bist du freundlich ok 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 anscheinend ist dr wernecke zwar tot aber er lebt noch die patienten wissen dass dr wernecke tot ist einer erfragte mich welche experimente führt ein toter doktor an lebenden patienten durch was ist projekt warrider das frage ich mich auch so dann gehen wir jetzt erstmal hier runter super blut ok worum wollen wir hin zu den männern oder zu den frauen ich würde sagen zu den frauen ok und natürlich ist er zu das war ja nichts anders zu erwarten vielleicht kommt das rote wasser scheiß leiche vielleicht kommt das rote wasser aber auch von den frauen wenn ihr wisst was ich meine ähm ok haben wir hier noch irgendwo was nichts keine ahnung was das sein absolut was ist der ballrider nicht durch, gehen wir mal hier weiter ja, verschluckt, ist schon scheiße während der Aufnahme okay, da können wir nicht weiter okay, hier speichern wir das Spiel und hier würde ich sagen, machen wir dann im nächsten Part weiter ich bedanke mich fürs Zusehen, über eine Wertung und einen Kommentar würde ich mich freuen Abo könnt ihr natürlich auch da lassen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Outlast bis dann und ciao